Die Voice-Over-IP-Software Skype steht in mehreren Versionen für die unterschiedlichsten Endgeräte als kostenloser Download zur Verfügung. So kann man sich die Anwendung für den eigenen Computer herunterladen und unter Windows, MacOS und Linux nutzen. Zudem kann Skype auch auf mobilen Geräten eingesetzt werden. So gibt es Versionen für Windows Phone, Android, für das iPhone und iPad. Damit kann die Anwendung, eine Internetverbindung vorausgesetzt, auch unterwegs zum Einsatz kommen. Wer möchte, kann die Anwendung auch auf den heimischen Fernseher holen. Dafür benötigt man einen Skype-fähigen Blu-ray-Player, eine Webcam, eine schnelle Internetanbindung und natürlich ein Skype-Konto. Oder man entscheidet sich beim nächsten Kauf eines Fernsehers für ein Modell mit vorinstallierter Skype-Software. Auch auf einer Spielkonsole kann die Software genutzt werden. Wer zum Beispiel eine PS Vita besitzt, kann die entsprechende Version direkt über den PlayStation Store beziehen. Wie man sieht, steht Skype für verschiedene Endgeräte zur Verfügung und die Versionen für den Computer und die mobilen Lösungen können direkt auf giga.de oder winload.de heruntergeladen werden.